Was geht ab, meine Chayas? Hier ist wieder euer M3D und in der letzten Folge habe ich ja mal bös versagt hier bei dem Kampf. Halt doch mal die Schnauze, Fahrer. Ich konzentriere mich hier gerade. Denn jetzt muss es klappen, sonst sehe ich scheiße aus. Jawohl, ich kämpfe gegen Vasen. Das ist ja schon mal ideal. What the fuck. Hilfe. Wo ist die Frau eigentlich schon wieder? Scheiße, ich stelle mich schon wieder mit der erste Mensch auf Erden. Nein, 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 nein. Okay, Nummer 1. Jawohl, Nummer 1 habe ich. Das ist schön. Den am besten auch noch. Nummer 2. Uh, das war gerade richtig knapp. Oh, shit. Da hinten kümmert sich die Frau gerade um den vierten. Da, da sollten wir helfen gehen. Uh, was ist denn hier? Wieso ist denn da eine Sandwolke? Ah, ist schon wieder dieser Speicherpunkt dann am Ende. Nein. So. Nummer 4. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Da. Oh, scheiße, sorry. Boah, uh, ah, das war gerade, das war gerade richtig knapp. Muss man ja mal. Uh, gut, niedergeschlagen. Wunderbar. Langsam macht mir der Prinz Freude irgendwie. Jetzt ist er gerade auf meiner Seite. Das gefällt mir. Schön sowas. Wunderbar. Da ist wieder einer auf den Boden gefallen. Jawohl. Oh, Freunde, wir kriegen es gut hin. Heute kriegen wir es gut hin. Ich rieche das, ich rieche das. Und ich sehe es und ich spüre es. Das gefällt mir. Jawohl. Boah. Ich bin sogar richtig gut. Aber es waren noch nicht alle, glaube ich, oder? Warte mal. Nein, es waren noch nicht alle. Uh, da ist er. Komm her, du Penner. Kannst nichts. Uh, sie wird gerade ein bisschen eingekerkert. Das ist nicht schön. Wir holen uns erstmal schnell den hier, weil der liegt ja schon auf dem Boden. Der kümmert sich um mich. Den schnappen wir uns auch mal schnell. Ah, nicht den. Genau den. So. Bleib da. Egal. Fahrkhilfe. Nein. So, schnell mal den zerstückeln. Oh, da liegt der noch auf dem Boden. Da liegt der noch auf dem Boden. Ja. Jetzt haben wir sie alle drei hintereinander. Das ist natürlich einfacher für uns. Ach, scheiße. Nein, 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 nein. Ja, witzig. Ich soll dir helfen. Hilf du jetzt mal mir. So. Die kann man jetzt auch leicht niederschlagen. Ach, verpiss dich doch mal, du Junkie, Alter. So. Jawohl. Genau so. So. Er will sich verarschen oder so. Komm. Hau hier um. Noch den da am besten. Den da. Ja, das hat gerade noch so... Alter, das hört ja immer noch nicht auf. Was ist denn hier los? Fuck, ich bin gleich tot. Naja. Gleich kann es schneller kommen, als man denkt, oder? Ich darf nicht sterben, Mann. Ich habe mich so gut benommen. Und jetzt auf einmal mit der wieder erste Mensch. So, jetzt ganz schnell weg. Weg da, weg da, weg da. Jawohl. Bewegungsfreiraum. So muss man den ausnutzen. Halt die Schnauze, du Tricksvieh. Du kriegst es auch noch auf die Zähne. So. Ich glaube, jetzt sind es nur noch diese zwei hier. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nein. Oh, Alter. Lass mich ja in Frieden. Ja, so ist es okay. Perfekt. Großes Finale. Uh. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Okay, speichern. Alter, alter, alter. Sag mal, gibt es noch irgendwas, wo du schlürfst? Anscheinend nicht. Geiermodus, egal. Wir brauchen nicht zu trinken. Wir sind noch fit. Und da kommt schon wieder mehr. Ach, du scheiße, ein Riesenvieh. Ach, stimmt ja. Ich kann ja blocken. Da war ja was. Da war ja... Was? 43 Prozent. Was ist denn mit dir los? Das nächste Mal fangen wir hier. Jetzt geht es aber auf einmal voran. Los, komm ich dir auf. Mach nicht den einen auf. Oh, ich bin ja so verletzt. Oh, ich war ohnächtig. Halt doch mal die Schnauze, Frau. Oh, meine Güte. Ah, der Weg ist ja leicht erkenntlich. So. Oh, was zum Trinken? Jibbi, jibbi. Oh, meine Güte. Man kann auch so viel Lebensenergie haben, aber die geht schneller weg. Erstmal gucken können. Wie oft muss ich jetzt schlürfen? Sechs Mal? Fünf Mal? Ich hab nicht mitgezählt. Witzig. Such nach einem Schalter. So, wo könnte der Schalter sein? Hier ja nicht. Gucken wir nochmal woanders da. Da ist er auch wiederum nicht. Ja, und wie komm ich rein? Die Tafel der Soldaten. Der Geruch von Essen drang noch aus der Küche. Wenige Stunden zuvor saßen hier Männer an den Tischen, die beim Abendessen kameradschaftlich miteinander lachten, wie die Männer meines Vaters in Seraph in aller Ruhe, da sie sich im Palast sicher vor Feinden fühlen. Wie sollten Sie ahnen, dass der Feind schon unter Ihnen war? Jetzt wird man nicht melancholisch, man, sonst kann ich mich nicht mehr konzentrieren, dann ist alles scheiße, ne? Aua, nein, 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 nein. Fuck. Hilfe, nein, nein, nein. Au, ich kämpfe schon. Alter, komm, okay. Das spule ich zurück, ist mir scheiße egal. Das ist nichts gewesen. Das spule ich jetzt so weit zurück, bis nichts mehr geht. So, komm, noch ein bisschen. Ich hab noch mehr Lebensenergie verloren. Auf, einmal geht noch. Wo war's? Da. Jetzt. Besser. Viel besser. Viel, 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 viel besser. Denn jetzt kann ich direkt zwei umhauen. Ah, da seht ihr es mal, manchmal ist Rückspulen keine schlechte Idee. Bleib ja weg von mir. Jetzt habe ich schon ausgesehen zu festem Sand gemacht, aber macht ja gar nichts. Was denn schon wieder... Nein, 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 was hatte ich schon wieder für ein Problem, diese Frau? Wo ist die? Wo ist die? Lass mich doch mal da raus. Na, ich dachte schon, komm, die kämpft gegen diesen Riesen, Fettsack. Oh, die kämpft auch gegen diesen Riesen. Oh, scheiße. Kann ich den Dolchen? Ja, aber es bringt nicht viel. Boah, aber der liegt fast auf dem Boden, der liegt fast auf dem Boden. Uh, geht doch mal aus dem Weg, Alter. Den muss ich erwischen, den muss ich erwischen. Jawohl. Und Zeitlupe aktivieren, dann kann ich hier richtig durchbettern. Ach, der kriegt doch mal Arsch. Habe ich den Zeitlupe aktiviert oder nicht? Ich weiß es gerade noch. Sieht mir gerade nicht so oder lang aus. Ach, nein, nicht noch einer. Alter. Was mache ich dagegen, die? Oh, jawohl. Das ist so einfach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Korrekt. So, was lebt denn hier noch? Der eine, oder? Na, der ist ja im Kindergarten. Und wegen dem Penner. Fertig, fertig, nicht fertig? Ach, scheiße. So, mal kurz umgucken. Alter, vier Stück schon wieder. So, kurz mal Zeitlupe aktiviert. Das ist jetzt mal geiler für uns. Muss man ja ganz ehrlich sagen, wir haben hier bessere Chancen gegen diese Arschlöcher. Aber es hat auch nicht viel gebracht. Ich muss da raus, ich muss da raus. Ich muss da raus. Ich muss da raus, raus. Oh, weißt du. Da wirst du doch nachig, Mensch. Geh da raus und bleib da draußen. Geh da weg, geh da weg. Lass dich doch nicht immer einkästeln, Mann. Denk doch auch mal mit. Boah, ich dachte schon wieder gerade so ein Riesenvieh in Rüstung, aber nee, nee. So. Ah, huu. Alter, den Wind der Klinge habe ja sogar ich gespürt. Komm, ich rette mal erstmal kurz diese Prinzessin hier. Na ja, aber wahrscheinlich treffe ich die eher. So, er liegt auf dem Boden. Ja, wunderbar. Alter, diese Kämpfe, ne? Die machen mich fertig. Aber das ist ein Prince of... Ja. Das ist ein Prince of Persia, das Sands of Time auch der schwerste Teil. Die man ja ganz sicher zu spüren kriegt. Ich zumindest. So, komm Fahrer, kümmere dich mal ein bisschen ordentlich um diese Bastarde. Ich vergesse mal, dass ich auf die nicht draufklären kann, ne? So, jawoll. Das war gut. Oh, da war einer in der Rüstung schon wieder. Egal, ich hau den jetzt schnell um. Dann dürfte der ja alleine sein, oder? Wenn ich richtig gucke. Penner. Jawoll. Komm, fertig. Ja. Alter, diese scheiß Kämpfe. Ich komm nicht mehr auf mein Leben klar. Ja, da geh ich auf jeden Fall speichern. Da lass ich mich dann fünfmal drum beten. Drum bitten. Eher so rum. So. Ja, ja, ein bisschen Akrobatik. Das gefällt mir schon besser. Mit Ketten habe ich weniger Probleme als mit den Kämpfen, ehrlich gesagt. Oh, kein Problem. Das löse ich. Das kriege ich hin. Wollte ich speichern. Ja, will ich. Neuer Spielstand. Schon 46 Prozent. Das müssen wir verarschen. Alles klar. Dann stehen wir auf, du Penner. So. Kann man hier durch? Na, das wäre es ja auch gewesen, ne? Gut. Ich will erst mal was trinken. Sonst sehe ich mal wieder ziemlich ausgetrocknet aus. Möchte ich ja fast behaupten. Gibt es hier überhaupt was zum... Ah, da. Da gibt es was zum Trinken. Los, lass mich schlürfen. Ah, jetzt waren es viermal, glaube ich. Ich habe schon wieder einen Trich mitgezählt. Meine Güte. Ich nehme mir immer vor, mitzuzählen und dann mache ich es nicht. Ich bin auch so hängen geblieben. Gut. Ja, okay. Den Weg zu leisten, das ist ja einfach. Fette Sau kannst du gar nicht klettern. Ich weiß es. Dass dir immer denkt, wir sind bloß. Aber nein. Wir sind ein Prinz und haben Ahnung. Wir haben vorhin den Durchblick. Manchmal zumindest. Das ist ja jetzt ein simples Geheimnis, oder? Also, die Wolke war jetzt ziemlich leicht zu finden. Komisch. Als ich das damals gespielt hatte, habe ich gar nichts gefunden. Und jetzt? Sieht es besser aus. So. Wo müssen wir jetzt darüber? Easy, Baby. Easy. Bin nur noch da drauf, oder? Oh nein. Ich erahne Kämpfe. Oder Kletterpartien. Gut. Falsch erahnt. Das sind eher Kletterpartien. Was gibt es hier zu holen? Hä? Das wurde aber in dem Video nicht gezeigt, diese Stelle hier, oder? Habe ich was davon? Oh, da komme ich gar nicht hoch. Das ist viel zu hoch. Schade, sieht mir ein bisschen verdächtig aus. Aber wenn man dann nicht hochkommt, macht es ja auch gar keinen Sinn, ne? Gut. Um immer mal da hinten lang zu gehen. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Schönes. Hallo. Das sieht mir ja irgendwie nach dem richtigen Weg aus, ne? Was ist dann aber die andere Seite, Alter? Die lässt Rätsel auf, ne? Nein, sie wirft Rätsel auf. Ist da irgendwas? Nein. Ja gut, ja, ist egal. Anscheinend bilde ich mir nur wieder irgendwas drauf ein, was gar nicht da ist. Was ja mal wieder sehr schade ist. Ich will halt alle möglichen Geheimnisse mit euch entdecken und irgendwie schaffe ich das nicht so ganz. So, Wandsprung. Ha, jetzt stelle ich mich aber richtig gut an hier, oder? Allerdings könnte ich doch auch da runter. Könnte ich da runter? Nein, da würde ich wahrscheinlich nicht mehr hochkommen und würde mir wahrscheinlich beide Beine brechen. Was nicht ganz so schön wäre. So, jetzt mal kurz abwarten. In der Ruhe liegt die Kraft. Jibiii. Gibt's da noch irgendwas zum hochgehen? Nein, okay. Da kannst du einfach mal beispazieren, ich bitte dich. Wo soll die Gefahr sein? Ich schwittere keine Gefahr. Ich bin unterfordert. Oh, scheiße. So, wie ging das nochmal mit dem langsamen Laufen? Fast hätte ich mir ein neues Hemd genäht. Aber es geht, es geht, es geht, es geht. Ich hab immer so ein Fettdach, dass da irgendwas sein könnte. Ach so, da soll ich später wieder runter. Ich verstehe. Alles klar. So, das hab ich auch gemeistert. Das ging ja gerade noch so. Wo bist du? Wo ist unten? Es sieht aus, als ob die da durchkriechen müssen. Aber ich krieg schon jetzt hier hoch. Ah, da war doch noch ein Weg, oder? Ja, sieht gut aus. Jetzt aber die Frage, wo ist sie? Ah, da kommt eine Leiter. Jetzt kann sie hoch. Okay. Na, das kann ja dauern, bis die oben ist. Danke. Du schwitz, du fettes Otter. Und du stinkst. Gut. Sollte ich mal da runtergehen? Meint ihr, da ist ein Geheimnis oder irgendwas? Womit nach ich mal gucken sollte? Kann man ja mal einen Blick riskieren. Ist hier irgendwas? So, nein, hier sind wir. Okay. Nee, dann hab ich mir nur wieder dazu etwas gerechnet. Aber da war nichts oder ist nichts. Ich komm hoch mit dir. Alles klar. Geh doch mal aus dem Weg, die scheiß Fässer. Meine Güte. Oh, die scheiß Treppen. Die machen mich fertig. Ich hab hier schon Blasen gelaufen. Verdammt. Wir sind über dem Bestiarium. Wir müssen über diese Brücke. Ja, auf, geh durch. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Wunderbar. Das nehmen wir noch mit, hier, diese Staubwolke. Ich staub noch eine, dann hätten wir wieder einen neuen Container. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was hat sich jetzt geöffnet? Geschafft. Schönes Königreich. Was gibt's da? Gar nichts. Okay. Raus da. Jetzt können wir diesen Weg runtergehen, den ich ja eigentlich mal hoch wollte. Wo war das? Da war das. Oh, dann geh ich ja jetzt lang. Kommt die da eigentlich hinterher? Ja, ne? Muss ja, oder? Achtung, jetzt geht diese Holzbarrikade kaputt. Oh, geht doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, bei der fetten Sau. Rüber. Oh, wir können hier was trinken. Hammer zwar nicht nötig, wir kämpfen ja viel zu gut, aber man... Ach, scheiße. Aber man kann ja mal, ne? Ah, ich vergesse mal, dass man auf diese Arsche schon nicht drauf kann. Komm, hauen um, hauen um, jetzt hast du ihn grad. Nein, ah, huu, huu. Ja, vergewaltigt mich zu viert, mein Gott. Steht ihr Schweine da drauf, ihr verdammten Bastarde. Verdammt. Wir sind hier nicht in der christlichen Kirche. Ho, 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 ho. Okay, das war unterste Schublade. Aber egal. Muss ja auch mal sein. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Halt die Schnauze. Ich muss mir erst mal selbst helfen. Oh, der eine liegt auf dem Boden, der andere auch. Jawohl. 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 Ah, nicht stehen treffen. Da, genau. Los, hau dieses Riesenbaby um. Ja. Ach, fuck. Nett mich. Toll, ich sag Riesenbaby und sie hauen mich um. Was ist das denn, Schweine hier? Puh, alter. Lass mich doch mal deinen Freund töten. Was ist denn mit dir los? Hast du kein Herz, oder was? Dummes Arschloch. So. Dann halt dich zuerst. Nein, fucker. Jetzt brauche ich Ersatzteile für mein Fahrrad. Boah, die übertreiben aber auch, ne? Kann ich mal kurz was trinken, meint ihr? Meint ihr, das wird was? Meint ihr, das wird was? Oh, lass mich doch mal was trinken, du Arsch. Oh, das sieht schlecht aus bei uns, ne? Oh, das sieht sehr schlecht aus, Freunde. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Lasst mich was trinken. Und jetzt weg da, weg da, weg da, Prinz, weg da, Prinz, weg da, Prinz, weg da, Prinz, weg da. Oh, trinken war noch nie so spannend, oder, Freunde? Trinken war noch nie so spannend. Wieso hat der gerade Abo gesagt? Naja, egal. So, wieder einer in der Rüstung plattgemacht. Oh, ich bin begeistert, ich bin begeistert. Jawohl. Den noch, den noch. Nimm ihn mit, nimm ihn mit. Ah, fuck. Oh, wieso kann ich die speichern? Weil ich weitergelaufen bin, oder was? Aua. Oh, warte, warte, warte. Den erwische ich. Den da vorne muss ich auch noch treffen. Unbedingt. Ja, gut, 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 gut. Das läuft, das läuft, Freunde. Den am besten noch. Ja, jetzt mal kurz weg. Jetzt mal noch um den Fettsack hier kümmern. Okay, wartet. Wieder zurück, wieder zurück. Erwischen, erwischen, erwischen. Nein, ich bin zu weit weg. Ach, scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was soll ich machen gegen diese Überzahl hier? Toll, weißt du, der springt genau in die Mitte rein, wo er direkt von allen gearscht sein könnte. So, der Penner der Rüstung ist wieder am Arsch. Was mache ich jetzt? Jetzt kümmere ich mich mal um den hier. Der ist allein hier hinten. Oh, ja, genau. So sieht das aus, wenn ich mich um jemanden kümmere. Ich sterbe dabei. Übler Shit. So. Jetzt mal hier kurz lang rennen. Ha, der eine geht auf den Boden. Jibiii. Und wieder zurück, Freunde. Und wieder zurück. Und wieder zurück mit 250.000 Saltos. Schwert weggepackt, Schwert weggepackt. Und getrunken, 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 getrunken. Getrunken, trink. Das war zu viel, zu viel. Oh, da liegen ja welche auf dem Boden, Alter. Wer hat denn das gemacht? Oh, fuck, fuck, komm, komm. Oh, übel, übel, übel. Oh, jawoll, jawoll. Der nächste liegt auf dem Boden. Oh, ba. Bam, Schlampen. Aua, 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 aua. Ja, hilf mir. Siehst schon, dass ich gerade von zwei vergewaltigt werde, ne? Oh, scheiße. Aber der geht, glaube ich, ein bisschen dreckiger als mir. Helfen wir mal ganz kurz. Los. Ja, gut, Freunde. Gut, gut, gut. Spannend, spannend, spannend. Jetzt müsst ihr noch der Letzte leben, oder? Ja, wir haben es geschafft, meine Freunde. Und mit diesem wunderbaren Kampf beende ich diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.